Joooo! Weihnachten ist zurück! Und hier gibt es ein Gewöhnenspiel auf meinem Channel. Also probiert es euch einen Klick, schickt mir ein Video, in dem was du um Weihnachten redest, was der Grund dahinter ist, schickt mir ein bisschen ein Snapchat-Video, dass ich euch eure Hässlichkeiten erziehe. Ja, probiert es alles Mögliche, damit es gut wird. Gebt es euch ein Bestes. Ciao! Wir haben keine Schule! Weihnachten ist da, um Liebe zu machen. Man kann es auch verfördern. An Weihnachten bekommen wir Geschenke, Stümpfe und Lüge. Weihnachten ist toll, weil ich bin ohne Bekenntnis. Für mich ist Weihnachten das Bersammensein von Freunden und Familie. Für mich ist Weihnachten die Geburt von Jesus. Weihnachten ist für mich, warum man sich mit der Familie trifft, mit einem großen Fasten-Klube. Weihnachten ist für mich der Größte-Familie. Weihnachten bedeutet für mich Frieden auf dem ganzen Bett. Weihnachten ist für mich gemütlich stricken. Weihnachten ist für mich gemütlich stricken. Weihnachten ist für mich. Servus Leute, ich bin zurück. Und wir haben jetzt einen Gewinner von den Flaschenkäfern, wo wir ein Video geschickt haben. Ja, es werden zwar nicht so gute dabei, aber irgendein Loser von euch muss es ja werden, weil ich zahl ja meinen Job nicht mehr. Weil ich ein Gewinn ist, dass ihr meinen Job übernimmt. Mein Ziel verliefert einfach die Geschenke aus. Oh mein Gott.